Die Aufgaben des MetaFarms liegen vor allem darin, die Forschungsprojekte zur Digitalisierung in den Bildungsbereich miteinander zu vernetzen, sie in verschiedenen Hinsichten zu unterstützen, unter anderem auch darin, ihre Ergebnisse letztendlich in die jeweilige Bildungspraxis zu bringen. Was wir für den Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung gesehen haben, ist, dass, um die Ergebnisse in die Praxis zu bringen, vor allem der Austausch auf Augenhöhe mit Vertreterinnen und Vertretern der Bildungspraxis da am besten funktioniert. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Forschungsergebnisse stark nachgefragt werden von den Praktikern aus dem Bildungsbereich und was wir aber auch gesehen haben, ist, dass viele Facetten der Digitalisierung in der Erwachsenen- Weiterbildung noch nicht ausreichend geforscht sind und es noch wesentlich mehr Forschungsprojekte zu verschiedenen Themen bräuchte.